Diese hier angebotene 1,5 Zimmer Wohnung ist ab Januar 2014 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf Pempefort. Die Immobilie hat einen Personenaufzug. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die Immobilierte Wohnung umfasst eine Fläche von ca. 40 Quadratmetern. Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 695 Euro. Falls Sie Interesse haben, kontaktieren Sie uns telefonisch oder via Internet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017